Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 22. April. Unzureichende Lebensmittelkontrollen in Südhessen, erhöhte Preise in der Gastronomie und bei Erdbeeren und die Corona-Zahlen steigen wieder. Das und mehr gibt es heute für euch im Podcast. Es sind alarmierende Zahlen, die ein neues Licht auf den Listeriose-Skandal im Kreis Groß-Gerau werfen. Die vorgeschriebenen Prüfungen von Lebensmittelbetrieben werden in Südhessen bei weitem nicht erreicht. Im Jahr 2020 hat im Kreis Darmstadt-Dieburg nicht mal jede fünfte Kontrolle stattgefunden. Schon vor der Corona-Pandemie wurden die Kontrollen vielerorts unzureichend durchgeführt. Im ersten Corona-Jahr gingen die Kontrollquoten in vielen Landkreisen und Großstädten vollends in den Keller. Die aktuellsten Zahlen vom hessischen Umwelt- und Verbraucherschutzministerium sind von 2020. Während in Darmstadt-Dieburg die Kontrollquote bei 18,7 Prozent lag, betrug sie in der Stadt Darmstadt 33,1 Prozent. Am höchsten war die Quote ausgerechnet im Kreis Groß-Gerau, wo sich der Listeriose-Skandal abspielte. Dass es im Übrigen auch anders geht, zeigt unter anderem der Main-Taunus-Kreis, wo mit einer Erfüllungsquote von 105,5 Prozent sogar mehr Kontrollen durchgeführt wurden als vorgeschrieben. Schlechte Nachrichten für Erdbeerfans. Angesichts höherer Produktionskosten müssen sich Hessens Verbraucher auf steigende Erdbeerpreise einstellen. Der Inhaber von Pauls Bauernhof in Hofheim am Taunus, Rainer Paul, rechnet mit einem Plus von 10 bis 20 Prozent. Landwirt Willi Billau aus dem südhessischen Lampertheim sieht die Gründe für die höheren Betriebskosten unter anderem im steigenden Mindestlohn. Auch Antipilzmittel und Dünger seien deutlich teurer geworden. Die Ernte auf Erdbeerfeldern mit Folientunnel startet in diesen Tagen in Hessen. Die ersten reifen Freiland-Erdbeeren werden in zwei bis drei Wochen erwartet. Die Betriebskosten steigen nicht nur bei den Bauern, auch die Gastronomie im Kreis Darmstadt-Dieburg hat mit erhöhten Preisen zu kämpfen. So erwartet Daniela Flöte, Inhaberin des Altstadt-Cafés in Rheinheim, dass sie in vier bis sechs Monaten die Preise anpassen müsse. Zwar habe sie trotz Hamsterkäufe noch ausreichend Öl und Mehl, aber sie wartet täglich auf den Lieferempass. Den gäbe es schon bei Randprodukten wie glutenfreiem Mehl. Auch Peter Hofmann, der mit seiner Frau Bettina das Restaurant Hammermühle in Oberramstadt betreibt, sieht einen möglichen Engpass für Sonnenblumenöl Ende April. Das gehe aber seiner Ansicht nach nicht auf Produktionsengpässe, sondern Hamsterkäufe zurück. Abgesehen von möglichen Lieferproblemen, steigen die Lebensmittel-, Energie- und Mindestlohnkosten laut Hofmann enorm. Allerdings könne, so sagt Hofmann, die Gastronomie die Preise nicht wie andere Branchen an den Kunden weitergeben, denn sonst komme keiner mehr. Nach einer Umfrage des Hotel- und Gastronomieverbands DEHOGA Südhessen vom April, spüren 74,1% der Befragten im Bereich des Gastgewerbes Lieferimpässe bei bestimmten Produkten. Mit 95,7% rangiert das Speiseöl an erster Stelle, gefolgt vom Mehl mit 62,6%. Die Einkaufspreise von Öl seien um 66% seit Jahresbeginn gestiegen. Wir blicken auf die Corona-Zahlen in Deutschland. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 733,4% an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 720,6% gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 161.718 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 289 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 212 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 24.06.254 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Zum Abschluss schauen wir auf die Lage im Ukraine-Krieg. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hat Russland den Vorschlag einer Feuerpause über die orthodoxen Osterfeiertage abgelehnt. Dies zeige, was der christliche Glaube und einer der fröhlichsten und wichtigsten Feiertage den Führern Russlands gelte, sagte Zelensky in einer Videobotschaft. Er werde aber trotzdem die Hoffnung auf Frieden behalten und darauf, dass das Leben über den Tod siege. Unter anderem hatte Papst Franziskus im Vorfeld des Osterfestes der orthodoxen Christen an diesem Wochenende zu einer Waffenruhe im Ukraine-Krieg aufgefordert. Moskau verlege zudem weiter Truppen für den Krieg in die Ukraine. Zuletzt konnten russische Einheiten offenbar vereinzelt Fortschritte im Osten des Landes verzeichnen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr findet ihr stets aktuell auf echo-online.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM